Musik Ja, ich bin Kilian, Graf von Benzel-Sturmfeder-Horneck und stelle euch heute unseren Cabernet d'Orsa vor, der 20. Künstlerein mit einem Künstleretikett von der Belli Hronenberg. Musik Mein Name ist Isabel Bagusa-Horneck. Ich durfte heuer das Etikett designen vom Weingut Graf von Benzel-Sturmfeder und ich bin unglaublich stolz darüber und sehr, sehr glücklich. So, gestern kam von der Belli das Bild, was die Vorlage für unser Künstleretikett ist. Hier haben wir schon mal einen Vorabdruck auf unserem Cabernet d'Orsa und in den nächsten Tagen wird das Originaletikett geliefert und so dass wir pünktlich zum Erscheinen des Künstleretiketts eine Videodarstellung machen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017